und Blödsinn und nein bitte erzählen nicht ich habe irgend so ein Pixel-Pixel Shit vergessen irgendwo ein Pixel großes Laubblatt oder so Oh Gott ein Hilfe-Button Ah nein 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 hier ist es nicht nein nein das Rad nein Schaufel nein Kettensäger hat man schon Rucksack nein weil das geht's nicht was Second End kann ich das nicht so machen What the fuck willst du von mir Die Helde ver- Ich sag doch ihn ich weiß wie ich die kamera bewegen kann das ist keine hilfe das habe ich irgendwie schon verstanden okay das spiel hat offensichtlich keine hilfefunktion die toolbox die für den jahr schon ausprobiert da was geht bei dir los fahrrad ich habe das fahrrad vergessen ja das macht sens Ja, das macht Sinn, genau. Das macht Sinn. Das macht Sinn, oh Gott. Schnappt ihr das Fahrrad verdammt? Nein, nein! Ja, doch. Und schließt es da dran an, damit ihr das strammeln könnt. Ich mein, kompliziert, das hättet ihr euch auch kaum machen können. Ernsthaft? Ja, dann muss ich, ich benutze es halt auch. Sorry, das war Absicht. Ich hab versucht zu pfeifen. Es funktioniert, ich leg mich auch so. Okay, alles klar, okay. Okay, äh, was? Ja, genau so ist es gedacht. So wird ein Reim gewechselt. Ja, Kettensägel, komm, schneiden ab. Brauchst du ja nicht mehr. Okay, das ist so dumm. Das ist so unfassbar blöd. Reverrier halt den Reifen. Sag mir, das funktioniert jetzt. Mann, der Mist. Oder? Vielleicht auch nicht. Okay. Ja, na gut. Ich verstehe. Den Ersatzreifen aufmachen. Diesmal ohne Werkzeugbox. Ersatzreifen abmachen. Und Ersatzreifen dranmachen. Ja, klar. Okay, ach so. Ah, okay. Ich vermute, er muss die scheiß Hammer holen hier, die Toolbox und das Befestigen helfen oder sowas. Viele Items habe ich ja auch nicht mehr übrig, mit denen ich irgendwas machen könnte. Okay, jetzt muss ich das Auto nur wieder umdrehen. Und dann geht's ab auf die Alm. Kühe hüten oder sowas. Die Repaired Car. Die Repaired Car. Es liegt auf dem Kopf. Das ist garantiert so ein Auto... Das wäre fünfmal Zep... Ich mein... Wahrscheinlich würden die Kolben oben rausfliegen, wenn du so ein Auto umdrehst. Oh, und eine... Eine Renderszene in einer gefühlten Gameboy-Auflösung. So viel Tiefen und Schärfe, das kann ich nicht mehr kennen. Seriously. Okay, jetzt wird's dumm. Jetzt wird's blöd, wenn ich jetzt dasselbe nochmal machen muss. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Nein, ich hab gewonnen. Weil ich meinen zweiten Reifen auch noch kaputt mache. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Die Goldkarte. Ja, ich glaub, das ist erstmal für den ersten Teil. Den zweiten Teil nehme ich dann. Anders auf, wenn überhaupt. Überhaupt. Ja, viel Spaß zu sehen. Ja. 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 Ja.